Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch hier einen Zeitplan. Ich habe in dem Zeitplan mal kurz die Ereignisse eingetragen, so wie ich die für die Endzeit sehe. Damit hat man einen knappen kurzen Überblick. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Ja, das ist der Heilsplan, den ich hier aufgestellt habe. Übersicht ausgewählter Ereignisse der Heilsgeschichte. Da seht ihr hier den alten Bund, das ist dieser braun-orange-helle Kasten, alter Bund, Gesetz vom Sinai. Und der neue Bund, das Gesetz Christi, der geht hier bis ans Ende der letzten 70. Jahrwoche. Das ist die 70. Jahrwoche. Die ist abgetrennt von den ersten beiden Jahrwochen. Und vielleicht fangen wir mal mit den Jahrwochenordnungen an. Die 70 Jahrwochen müssen von 605 vor Christus ausgerechnet werden. Hier, ja, und von da gehen die Pfeile auch los. Weil Daniel laut Daniel 9 in Jeremia 25 gelesen hat. In Jeremia 25 sind ganze drei Zeitangaben enthalten, die alle auf 605 vor Christus deuten. Da gibt es auch ein Video zu, blende ich euch hier oben ein. Wenn man von 605 vor Christus rechnet, kommt man exakt auf Kyros. Ja, und zwar einmal sieben Jahrwochen, 49 Jahre kommen wir bei Kyros aus. Und bei Antiochus Epiphanes. Warum? Weil diese beiden politischen Mächte in der Endzeit wieder erscheinen und Israel verwüsten. Nämlich ein Syrer, der Antichrist, und ein Assyrer, die Könige des Ostens. In Offenbarung 9 und Offenbarung 16 wird von denen gesprochen. Also ein endzeitlicher Kyros kommt, endzeitliche Perser, endzeitlicher Assyrer, Iran, Irak und östlich davon. Und es kommt ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes, der Antichrist, ein Syrer, ein Seleukide. Und deswegen hat der Engel von 605 aus die Fristen so gesetzt, dass gerade diese beiden getroffen werden. Denn die wiederholen sich in der Endzeit. Die 70. Jahrwoche ist davon losgelöst. Ja, die kommt erst hier hinten. Und beginnt erst mit der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird an einem Tag, Jerusalem wird belagert werden, dann wird Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und damit beginnt die 70. Jahrwoche. Das ist der Anfang der 70. Jahrwoche. Das ist bislang nicht klar. Niemand weiß, mit welchem Ereignis die 70. Jahrwoche beginnt. Man sagt, dass das mit dem siebenjährigen Bund des Antichristen mit dem Norden Israels ist, mit dem abgespaltenen Norden Israels. Das habe ich hier unten angedeutet. Siebenjähriger Bund, Antichrist und Ephraim. Aber dieser Bund dauert sieben Jahre. Er löst aber nicht die 70. Jahrwoche aus. Denn die muss ja taggenau beginnen, weil die zwei Zeugen ja 1260 Tage das Evangelium aus Jerusalem predigen. Und hier oben sehen wir, kommen wir gleich noch zu, dass verschiedene Fristen nach Tagen auch für die Endzeit aufgeschrieben sind. Und deswegen braucht man, um das hier berechnen zu können und einen guten und einen ordentlichen Anfangspunkt zu haben, einen ganz bestimmten Tag. Und dieser eine Tag, das ist der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Damit beginnt diese 70. Jahrwoche zu laufen. Die 70. Jahrwoche ist davon losgelöst und beginnt erst mit der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Dann haben wir drei Fristen, nämlich hier vorne sieben Jahrwochen, einmal 62 Jahrwochen und einmal die letzte 70. Jahrwoche, so wie der Engel das auch aufteilt. In der bisherigen Auslegung werden ja diese sieben Jahrwochen und diese 62 Jahrwochen miteinander addiert zu 69 Jahrwochen und sollen dann bis zur Kreuzigung Christi reichen. Das passt aber nur, wenn man das umrechnet über Tage. Gibt es auch ein Video zu, habe ich auch im Detail alles mal besprochen. Und das geht auch nur, wenn man nicht von 605 ausrechnet, sondern hier von 444 aus, vom Erlass des Ataxerxes. Ataxerxes hatte hier einen Erlass gegeben, Darius hatte hier einen Erlass gegeben und auch Kyros. Es gibt also drei Erlasse. Aber Gott hat auch einen gegeben, 605 vor Christus. Da geschah das Wort zu Jeremia, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte. Und von hier aus muss man rechnen. Dann kommt man auch auf diese beiden Exponenten, Kyros und Antiochus, und auf eine letzte 70. Jahrwoche. Dann halten wir auch alles das ein, was der Engel uns hier vorgibt und bleiben eng am Bibeltext. Die 70. Jahrwoche ist davon losgelöst und beginnt erst mit der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Nur so entstehen die drei Fristen, in die der Engel die 70 Jahrwochen aufteilt. Antiochus regierte zunächst als Vertreter seines Neffen ab 175 vor Christus. Aber als König regierte er nur sieben Jahre, nämlich von 171. Das ist das Datum, was uns hier vom Engel genannt wird. Bis 164 vor Christus. Da ist Antiochus eines schändlichen Todes gestorben, sodass die Regierungszeit von Antiochus als König sieben Jahre waren. Sieben Jahre, wie auch hier die letzte 70. Jahrwoche sein wird, wenn dieses endzeitliche Pendant des Antichristen wieder aufkommen wird. Das heißt, diese Regierungszeit des Antichristen sind sieben Jahre und die Regierungszeit des Antiochus sind sieben Jahre. Um genau zu sein, regiert der Antichrist nur in der zweiten Hälfte der Jahrwoche, 42 Monate, aber er macht einen Bund sieben Jahre mit Ephraim. Und in der heilsgeschichtlichen Prophetie, da kann ich jetzt aber im Detail nicht drauf eingehen, ist es so, dass Antiochus in der Mitte seiner Herrschaft, also in der Mitte seiner Herrschaft, verwüstete er Jerusalem. Das war im Jahr 168 vor Christus. Nach dreieinhalb Jahren Königsherrschaft kommt Antiochus nach Jerusalem und verwüste die Stadt. Und der Antichrist wird auch nach dreieinhalb Jahren nach Jerusalem kommen und dort die Stadt verwüsten, sich dann dort als Gott verehren lassen und die letzten 42 Monate herrschen. Wenn man diese 70. Jahrwoche hier vorne ansetzen würde an die letzte 62. direkt heransetzen würde, dann würde sich der Antichrist und der Antiochus Epiphanes überlappen. Und die sieben Jahre des Antiochus Epiphanes wären dann genau auch sieben Jahre des Antichristen. Und die Bibel springt hier schon in die Mitte der Herrschaft vom Antiochus Epiphanes, nämlich, dass seine Heere die Stadt verwüsten werden und springt dann in die Endzeit zum Antichristen, in die Mitte der 70. Jahrwoche. Wenn er die Stadt verwüsten wird. In der Mitte seiner Herrschaft, also in der Mitte der Herrschaft von Antiochus Epiphanes, verwüstete er Jerusalem. Exakt das Gleiche macht der Antichrist auch. Und zwar in der Endzeit, hier in der Mitte der 70. Jahrwoche. Gehen wir mal weiter hier zu dem Kasten. Der beschäftigt sich jetzt hier mit der letzten 70. Jahrwoche. Jerusalem wird in der Endzeit belagert und kommt an einem Tag zur Wiedergeburt. Damit, mit diesem Tag, beginnt die 70. Jahrwoche. Dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes. Warum? Weil die ganze Stadt Jerusalem wiedergeboren ist. Weil alle die, die dort in Jerusalem übrig geblieben sind, an Jesus Christus glauben. Und dann ist ganz Jerusalem ein Tempel Gottes. Wenn die wiedergeboren werden in Jerusalem am Anfang der 70. Jahrwoche, dann sind die ja Christen. Dann glauben die an Jesus Christus. Genauso wie wir auch. Sogar noch mehr als wir, weil denen ist ja die Verheißung geschehen in der alttestamentlichen Prophetie. Wenn dann ganz Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dann sind die wiedergeborenen Juden natürlich genauso ein Tempel Gottes, wie Paulus auch die Griechen als Tempel Gottes beschreibt. Denn immer wenn Paulus im Neuen Testament über den Tempel Gottes schreibt, meint er die Gemeinde Jesu Christi. Und die besteht sowohl aus Heiden als auch aus Juden. Denn es spielt keine Rolle, ob man ein Christ aus den Heiden ist oder ein Christ aus Israel. Alle, die an Jesus Christus glauben, gehören zu diesem Tempel Gottes. Was bisher gefehlt hat in der Auslegung ist, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit zur Wiedergeburt kommt. Wenn man das aber annimmt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Stadt Jerusalem, wenn sie an Jesus Christus glaubt, natürlich auch ein Tempel Gottes ist. So wie Paulus immer die Gemeinde Jesu beschreibt im Neuen Testament. Und in diesen Tempel Gottes setzt sich dann der Antichrist. In diesen Tempel Gottes kann man sich auch hineinsetzen. Warum? Weil das ein physischer Tempel ist, nämlich die Stadt Jerusalem. Und es ist ein geistlicher Tempel, weil die, die dort ausgeharrt haben und belagert worden sind, an Jesus Christus glauben und zur Gemeinde Jesu gehören. Das ist der Schlüssel, um zu verstehen, was Paulus in 2. Thessalonischer 2 schreibt. Die wiedergeborenen Juden, in Anführungsstrichen können natürlich auch andere sein, die in der Stadt dann eingeschlossen sind, aber ich glaube zu 99,9% werden das Juden sein. Diese wiedergeborenen Juden in Jerusalem sind auch die zwei Zeugen, nämlich das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem, wie sie in Saraja beschrieben werden. Da habe ich jetzt nicht die Zeit darauf einzugehen. Das ist ein großes Geheimnis. Da muss man sich sehr genau in der Bibel auskennen und viel graben und forschen. Aber in Saraja wird Wiedergeburt beschrieben. Die sehen den, in den sie gestochen haben, nämlich Christus am Kreuz. Die haben Reinigung von ihrer Unreinheit. Die haben einen offenen Born, wieder die Sünde und Unreinigkeit. Und die weinen, wie man weint um einen erstgeborenen Sohn. Die weinen bei ihrer Bekehrung, wenn sie merken, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass sie ihn getötet haben. Das, was dort in Saraja steht, ist die Beschreibung einer neutestamentlichen Wiedergeburt, wenn auch mit hebräischen Worten, aus einer hebräischen Sicht. Wir haben eine Sichtweise, die von Paulus geprägt ist. Wir haben nicht diese hebräisch-alttestamentliche Sichtweise zur Wiedergeburt. Und weil uns die fehlt und wir uns so wenig da hineinversetzen, deswegen können wir kaum verstehen, was Paulus schreibt, wenn er vom Tempel Gottes schreibt, in Verbindung mit dem Antichrist. Dann glauben wir Christen nämlich auch, wie die Juden, dass da noch ein Tempel gebaut werden müsse. Das ist aber nicht der Fall. Der Tempel, von dem Paulus in 2. Thessalonischer 2 schreibt, das ist die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Wir müssten uns als Heidenchristen, als Christen aus den Völkern der Welt, vielmehr ins Hebräische hineinversetzen, um zu verstehen, auch was in Saraja geschrieben ist. Und wenn man das tut, dann versteht man, dass dort Wiedergeburt beschrieben wird. Wer wird dort wiedergeboren? Das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem. Und das ist das, was ich sage, dass Jerusalem am Ende der Zeit wiedergeboren wird und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wenn die Stadt wiedergeboren wird, dann werden diese beiden, nämlich das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem, 1260 Tage lang das Evangelium aus Jerusalem predigen. Und zwar der ganzen Welt. Die ganze Welt wird das sehen. Das wird für die Juden sehr ärgerlich sein, dass ihre Welthauptstadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Aber die beiden werden 1260 Tage, nämlich dreieinhalb Jahre lang, das Evangelium Jesu Christi predigen. Das habe ich hier oben angedeutet, in diesem Kasten. Das ist die erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Das dauert 1260 Tage. In der Mitte der Jahrwoche, wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, das steht in Offenbarung 13, tötet sie der Antichrist. Und das ist der Gräuel der Verwüstung. Der Antichrist und auch der endzeitliche Kyros, die werden Israel und den Nahen Osten verwüsten. Aber der Gräuel der Verwüstung, das allergräulichste in dieser Verwüstung ist, dass der Antichrist diese wiedergeborenen Menschen in Jerusalem tötet. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Das ist keine römische Feldstandarte, die dort aufgestellt würde. Dieser Gräuel der Verwüstung wird auch nicht aufgestellt, sondern der wird angestellt, nämlich dann, wenn der Antichrist den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem tötet. Dann setzt er sich in den Tempel Gottes, als ein Gott, und gibt sich aus, er sei Gott. Er lässt sich in Jerusalem göttlich verehren. Warum? Weil er in die Stadt hineinbricht, die beiden Zeugen tötet, und zwar bis in den letzten Winkel. Daniel sagt, bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. So wird es zumindest immer übersetzt, aber man darf auch übersetzen, bei den Flügelspitzen oder bis zu den Spitzen der Flügel, bis in den hintersten Winkel, bis in die hinterste Ecke, wird Gräuel der Verwüstung sein, weil in Jerusalem niemand überleben wird, wenn der Antichrist kommt. So wie Antiochus damals im Jahr 168 Jerusalem verwüstet hat, genauso wird der Antichrist in der Mitte seiner Herrschaft auch Jerusalem verwüsten. Das ist das, wovon hier Daniel schreibt, hinschauend in die Mitte der 70. Jahrwoche. Dann herrscht der falsche Prophet fünf Monate in Jerusalem. Das sind 150 Tage, die seht ihr hier oben. 150 Tage wird der falsche Prophet in Jerusalem herrschen. Das wird eine schrecklich okkulte Zeit sein, wenn er in der Zeit in Jerusalem sich austoben wird. Und nach 150 Tagen, wie gesagt, gibt es auch Videos drüber, kann ich jetzt nicht im Detail erklären. Kommt der König des Südens, greift an, anschließend erobert der König des Südens die Stadt und beendet diese Herrschaft des falschen Propheten. Da wird Gott eine verkürzte Zeit tun, weil sonst niemand selig werden würde, weil diese Zeit so schrecklich ist dann in Israel, wenn dieser falsche Prophet herrscht, dass sonst kein Israeli übrig bleiben würde. Von dieser Eroberung des Königs des Südens, der die Stadt angreift und erobert, steht auch in Daniel 11, dass nämlich der König des Südens anfängt, diesen endzeitlichen Konflikt und nicht der König des Nordens. Also der König des Südens ist Ägypten und der König des Nordens ist Syrien und diesen endzeitlichen Konflikt, von dem wir dort lesen, der wird vom König des Südens begonnen, nicht vom König des Nordens. Wie gesagt, Daniel 11 kann man das auch nachlesen. Der setzt sich also in die Stadt, wie Gal im Alten Testament, könnt ihr mal im Richterbuch lesen. Gal erobert auch die Stadt, setzt sich dann da rein, macht die Bürger abtrünnig von Abimelech. Und das ist eine alteslamentliche Prophetie darauf. Gibt es auch ein Video dazu. Kann ich jetzt auch im Detail nicht weiter darauf eingehen. Der Antichrist wird dann aber nach Jerusalem ziehen und Jerusalem zurückerobern. Danach verwüstet sie der Antichrist, sie die Stadt Jerusalem. Denn der Antichrist wird gegen den König des Südens drängen, wird Jerusalem zurückerobern und damit nicht genug. Der wird auch das Land des Königs des Südens erobern, nämlich Ägypten, steht auch in Daniel 11, und Libyen und Kusch, also Äthiopien. Der wird ganz Nordwestafrika erobern. Wenn der Antichrist Jerusalem zurückerobert, das ist das, was Offenbarung 17 schreibt, das Tier frisst das Fleisch der Hure Babylon. Dann ist diese Herrschaft des falschen Propheten beendet und der Antichrist wird Jerusalem vollständig zerstören und verwüsten und wird alle Israelis, die dort wohnen, verkaufen in eine endzeitliche neue babylonische Gefangenschaft, asyrische Gefangenschaft, ägyptische Gefangenschaft, wo auch immer. Die Bibel sagt, dass sogar Juden zerstreut werden bis in die Inseln des Meeres. Damit ist Europa gemeint. Also der moderne Staat Israel wird zerbrechen in zwei Teile, wird komplett verwüstet werden und die Israelis werden nochmal verkauft werden an die Völker. Und von dort sammelt sie dann Gott, bevor er sein tausendjähriges Reich aufrichtet oder zu Beginn des tausendjährigen Reichs. Dann sind wir also schon tief in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche eingetaucht. Hier oben haben wir die 150 Tage, die der falsche Prophet in Jerusalem herrscht. Und von da aus sagt der Engel zu Daniel, 2300 Abende und Morgen wird es dauern, bis der Tempel wieder geweiht wird. Und diese 2300 Abende und Morgen sind 150 Tage oder 5 Monate. Könnt ihr mal suchen in der Offenbarung, da steht von 5 Monaten. 5 Monate mal 30 Tage sind 150 Tage. Plus die 1150 Tage von den 2300 Abenden und Morgen. Das sind Abend- und Morgenopfer. Wenn an einem Tag zwei Opfer gebracht werden, dann muss man diese 2300 durch zwei teilen. 2300 durch zwei sind 1150. Und 150 plus 1150 sind 1300 Tage, bis der Tempel wieder geweiht wird. Was für ein Tempel wird da geweiht? Das ist nicht der dritte Tempel, den die Juden bauen wollen, sondern das ist der Tempel, der im tausendjährigen Reich, wie Hesekiel sagt, noch gebaut werden wird. Was das genau ist, diese Tempelweihe, habe ich auch ein Video darüber gemacht. Das ist nicht die Grundsteinlegung mit Kalksteinen, sondern das ist die Buße und Umkehr des Überrests in Israel, speziell in Jerusalem, die sich dann in die Trümmer Jerusalems geflüchtet haben. Aber das ist hochkomplex. Da müsstet ihr euch die Videos nochmal anschauen, weil diese letzte 70. Jahrwoche und speziell die zweite Hälfte ist sehr dynamisch, weil da sehr, sehr viele Dinge geschehen. Der Antichrist wird, wenn er das Reich des Königs des Südens erobert hat, Gerüchte hören von Osten und von Norden, weil nämlich der endzeitliche Kyros, den ja der Engel angedeutet hat in den 70-Jahrwochen, sich in Hamageddon gelagert hat. Der ist vom östlich des Euphrates mit all seinen Königen nach Westen und nach Süden vorgedrungen und hat Damaskus zerstört, Jesaja 17, und lagert sich dann in Hamageddon. Und der Antichrist zieht aus, um viele zu vertilgen, steht in Daniel 11. Der wird sich dann in Hamageddon mit dem Neo-Assyrer treffen. Die werden dort aufeinander treffen, aber die Bibel sagt nicht, dass eine Schlacht dort stattfindet. Was ist in der Lage, ein 200 Millionen Heer von einer Schlacht abzuhalten? Das muss ein sehr, sehr großes Ereignis sein. Und da setze ich die Entrückung an, die Entrückung der Gemeinde, Christus kommt also herab bis in Wolken. Die Gemeinde wird ihm bis in die Wolken entgegengerückt und wird dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Der Antichrist und der Neo-Assyrer sehen die Entrückung, sehen, dass aus Jerusalem die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, hinaufgerückt werden in Wolken. Und es sehen sie ihre Feinde, sagt Offenbarung 11. Diese Feinde sind der Antichrist und der Neo-Assyrer. Die sehen also, wie diese Entrückung speziell auch aus Jerusalem passiert und die ziehen erneut nach Jerusalem rauf, um die Stadt endgültig und final dem Erdboden gleich zu machen. Und dann geschieht das, was Gott sagt, auch in Joel, dass er alle Nationen, alle Völker versammeln will. Das heißt also, der Antichrist und der Neo-Assyrer und alle, die mit ihm versammelt sind, die versammelten Heidenvölker und Könige der Heiden, werden dann hinauf nach Jerusalem ziehen. Gott versammelt sie im Tal Josaphats und wird sie dort besiegen, wenn er nämlich wiederkommt am Tag 1335. Das ist die Frist bis zum Tag des Zorns. Das ist, wenn Christus wiederkommen wird mit der Gemeinde auf den Ölberg Jerusalem, befreien wird vom Antichristen und den Neo-Assyrer zurückschlägt bis in die Ebene von Hamageddon und dort niederlegt. Zwischen zwei Meeren, sagt die Bibel, nämlich zwischen dem See Genezareth, der auf Englisch ja The Galilean Sea heißt, zwischen dem galiläischen Meer und dem Mittelmeer und dort zwischen diesen beiden Meeren liegt die Ebene Hamageddon. Dann sehen wir auch, die Entrückung ist vor dem Tag des Zorns. Der Tag des Zorns wird ja von Christus und seiner Gemeinde ausgeübt. Das heißt, die Gemeinde kann gar nicht zum Zorn bestimmt sein, weil die, ich sage es jetzt etwas verkürzt, gemeinsam mit Christus den Tag des Zorns ausübt. Und die Gemeinde ist nicht Gegenstand des Zorns Gottes, sondern die Gemeinde ist Werkzeug des Zornes Gottes. Das ist etwas anderes. Viele sagen, dazu gehören auch die bekannten Prediger, dass der Tag des Zornes Gottes eine Phase sei, nämlich dass diese 70. Jahrwoche der Tag des Zornes sei. Aber der Tag des Zornes ist ein Tag und keine Phase. Und die Herrschaft des Antichristen in dieser letzten 70. Jahrwoche ist nicht der Zorn Gottes, sondern ruft den Zorn Gottes hervor. Ja, weil diese gottlose Zeit hier auf der Welt ist, deswegen wird der Tag des Zornes kommen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt der Tag des Zornes Gottes wäre, diese siebenjährige Trübsalfrist. Das wird immer durcheinander geworfen. Da ist ein großes Durcheinander. Und ich glaube, man muss das gut voneinander trennen. Das heißt also, wir hätten die Entrückung am Tag 1290. Ja, dann kommt Christus bis in Wolken. Die Gemeinde wird ihm entgegengerückt. Diese Entrückung wird gesehen vom Antichristen und von seinen Truppen. Die ziehen hinauf nach Jerusalem. Und dann kommt Christus wieder auf dem Ölberg und richtet dann sein tausendjähriges Reich auf. Das ist jetzt mal so ganz grob ein Überblick. Ich verstehe, dass das für den ein oder anderen schwierig nachzuvollziehen ist, weil das vollkommen dem widerspricht, was also gut 90 Prozent aller Christen über die Endzeit hören. Ich glaube aber, dass man das zeigen kann an der Bibel und habe das ja vielfach auch in den Videos auch gemacht. Schlüssel dafür ist ganz unbestritten die Wiedergeburt Jerusalems. Das ist ein ganz zentraler Schlüssel, um zu verstehen, was der Tempel Gottes ist in der Endzeit, wer die beiden Zeugen sind, wer Gegenstand der Verwüstung ist, was das ist, der Gräuel der Verwüstung. Dann muss man die 70 Jahrwochen auch verstehen und muss einfach mal ergebnisoffen sich anschauen, ob das wirklich belastbar ist, hier von Ataxerxes auszurechnen bis auf Christus. Das ist es meiner Meinung nach nicht, weil man keinen echten Grund hat, warum man von Ataxerxes ausrechnen muss. Man muss dann die sieben Jahrwochen und die 62 Jahrwochen zu einer Frist addieren, um irgendwie ungefähr bis zu Golgatha zu kommen. Dann muss man das auch nochmal umrechnen von Jahren in Tage, wovon der Engel nie was gesagt hat. Also es hat so viele Fehler. Dann steht ja auch da, dass ein Gesalbter kommt und nicht, dass ein Gesalbter geht. Man rechnet aber immer bis zur Kreuzigung Christi. Also das ist nicht belastbar, was hier gezeigt wird. Und man macht auch aus drei Fristen, die der Engel zeigt, macht man zwei, indem man die sieben Jahrwochen und die 62 addiert zu 69 Jahrwochen. Das ist etwas, was die Rabbiner an der christlichen Auslegung heftig kritisieren. Und ich denke, dass man das nochmal neu überdenken muss. Und wenn man von 605 vor Christus ausrechnet, und zwar zweimal diese Fristen, dann kommt man auf diese beiden Exponenten. Und das korreliert dermaßen stark mit dem, was die Bibel über die Endzeit sagt, wer in der Endzeit auftreten wird, nämlich der Antichrist aus Syrien und ein endzeitlicher Kyros, dass man da nicht umhinkommt, das einfach mal ergebnisoffen anzusehen. Ich verstehe aber, wie gesagt, dass das für viele sehr schwierig ist, weil uns da einfach auch Kenntnisse fehlen aus dem Alten Testament. Da fehlen uns historische Kenntnisse, da fehlen uns Bibelkenntnisse, da fehlt uns die prophetische Sicht. Und wie gesagt, insbesondere Kenntnisse über Daniel, Daniel 11 und Daniel 9. Und um das noch einmal zu sagen, weil ich mich da so sehr drüber freue, diese Kenntnis der Wiedergeburt, die fehlt uns. Wenn wir die haben, wenn wir von der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit wissen, dann lösen sich so sehr viele Bibelstellen im Neuen Testament auf und werden verständlich, dass das unbedingt wert ist, sich diesem Thema der Wiedergeburt Jerusalems mal zu nähern. Und damit schließe ich dann auch, was mir besonders gefällt, ist, dass dieses Thema der Wiedergeburt und auch das Thema der Wiedergeburt Jerusalems in Johannes 3 beginnt, zu den Füßen Jesu. Das finde ich wichtig. Zu den Füßen des Meisters. Jesus Christus ist der Herr. Ja, ihm muss man zuhören. Seine Worte sind oftmals so bedeutungstief, dass wir die oft unterschätzen. Und gerade in Johannes 3 glauben wir nicht noch etwas zu finden, was noch nicht besprochen worden wäre. Aber gerade da ist der Ausgangspunkt für das Verständnis dafür, dass die Tochter Zion in der Endzeit noch mal gebiert, im hohen Alter noch mal einen Überrest gebiert, einen Immanuel. Und dann beginnt man eigentlich mit einer heilsnotwendigen Tatsache, nämlich der Wiedergeburt, forscht dann im Alten Testament und kommt zu solchen gigantischen, prophetischen Ergebnissen. Also das ist etwas Großes und ich freue mich da sehr drüber, dass man in Johannes 3 geht und über Glaubensthemen nachdenkt, über Golgatha und über die Wiedergeburt und Gott uns dann sein Wort so öffnet. Ja, das ist etwas Schönes, weil das so sehr bescheiden ist. Das gefällt mir gut bei dieser Art der Auslegung. Und wir kommen zu einem ganz herrlichen Ergebnis, was sich überall an allen möglichen Stellen in der Bibel wieder plausibilisiert. Gut, dann sind wir beim Schluss. Das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, dass man so einen groben Überblick bekommt von dem, was hier behandelt wird. Danke sehr fürs Einschalten. Wünsche euch alles Gute. Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen und bis bald.